In diesem Video zeigen wir euch wieder wunderschöne, einsame Stellplätze, wir zeigen euch kleine Städtchen und samische Lebensart, wir zeigen euch die schönsten Stellen des Wildmax-Wegens und wir wagen ein ganz spezielles Experiment. Wir haben den Skulliskogens Nationalpark verlassen und sind jetzt auf dem Weg zum Wildmax-Wegen. Bevor wir euch den in aller Ausführlichkeit vorstellen werden, besuchen wir aber noch einen kleinen Übernachtungsplatz auf dem Weg. Dort gibt es alles, was man braucht. Es gibt Stromanschlüsse, es gibt die Möglichkeit zu duschen und es gibt eine Toilette. Man kann Frischwasser tanken und Müll entsorgen. Das einzige, was fehlt, ist die Möglichkeit, Grauwasser zu entleeren. Wir haben hier auf diesem Stellplatz eine weitere Nacht verbracht, weil der Wetterbericht für den Wildmax-Wegen schlechtes Wetter vorhergesagt hat. An der höchsten Stelle, dem Stekenjog, waren nur zwei Grad und es war regnerisch und neblig. Wir konnten dagegen hier beobachten, wie der Wind das schlechte Wetter weggetrieben hat und hatten einen herrlichen Sonnenuntergang. Am nächsten Tag ging es dann für uns aber wirklich zum Wildmax-Wegen. Wir fahren von Wilhelmina, das ist dort, wo der blaue Punkt ist, nach Strömsund, wo der rote Punkt ist. Die Strecke ist insgesamt 370 Kilometer lang und der Wildmax-Wegen ist die höchstgelegene, befahrbare Straße Schwedens. Sie wird jedes Jahr erst am 6. Juni geöffnet und immer am 14. Oktober wieder geschlossen. Der Beginn der Tour ist für uns Wilhelmina. Wir besuchen hier das Café, aber auch die samischen Häuser, die noch in einem guten Zustand sind und wir schauen wie immer gern einmal in die Kirche. Wir besuchen hier das Café, aber auch die Kirche. Wir besuchen hier das Café, aber auch die Kirche. Nachdem wir diesen tollen Blick von der Kirche aus noch einmal genossen haben, beginnt für uns die erste Etappe auf dem Wildmax-Wegen. Sie führt von Wilhelmina nach Stalon. Wir haben uns hier einen wilden Stellplatz rausgesucht. Wir können hier frei direkt am Fluss stehen. Wir sind hier heute ganz schön lange gefahren und deswegen haben wir uns entschieden, am Abend noch ein Stück zu gehen. Wir laufen drei Kilometer bergauf und sehen hier das erste Mal Schnee und erahnen auch die Dimension dieser Region. Am nächsten Tag soll es dann für uns aber auch schon weitergehen. Die nächste Etappe geht von Stalon bis kurz vor das Stegenjog. Auf der Fahrt sehen wir immer wieder lauter Naturschönheiten wie zum Beispiel Wasserfälle oder Seen oder Wälder. Und wir sehen zum ersten Mal auf unserer Reise Rentiere. Musik Musik An den Bäumen sehen wir zunehmend, dass wir vom Sommer in den Frühling fahren. Musik Das rubbelt ganz schön. Weh, haben sie vergessen zu teeren. Musik Unser nächstes Ziel ist Fatmumake. Wir fahren das erste Mal für mehrere Kilometer über eine Schotterstraße. Und hier geht es nur ganz langsam voran. Dafür ist der Ort Fatmumake aber wirklich interessant. Es ist ein alter, samischer Ort. Und man kann dort noch die Wohnhäuser der Bevölkerung besichtigen. Und es gibt natürlich wie immer auch eine Kirche. Musik 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 Der Ort Fatmumake liegt mitten im Wald und wir laufen eine Runde. Musik Hier haben wir die Möglichkeit zu sehen, wie traditionell Häuser gebaut wurden und wie Dächer mit Rindenmaterial gedeckt werden. Und wir sehen auch zum ersten Mal Elchkot. Musik 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 Hier in Fatmumake gibt es übrigens einen Naturcampingplatz. Er ist sehr einfach. Er ist sehr einfach, aber man kann eben hier schön stehen in einer herrlichen Natur und man kann auch, wenn man möchte, im See baden. Und dann, ob wir das in diesem Urlaub vielleicht auch noch schaffen, ob wir das in diesem Urlaub vielleicht auch noch schaffen. Nach unserem Besuch in Fatmumake verlassen wir den Ort, so wie wir auch gekommen sind, über die Schotter Straße. Und es geht dann weiter, Tal aufwärts, immer wieder an herrlichen Landschaften vorbei, bis zu unserem Übernachtungsplatz, 10 Kilometer vor dem Stekenjog. Jetzt wechseln wir den Frühling noch einmal und kommen in den Winter. Ja. Hey! Bye! Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Nach einer Übernachtung starten wir unsere nächste Etappe von unserem Übernachtungsplatz nach Stora Blasjön und damit direkt über das Stekenjog. Das Stekenjog ist die höchste Stelle des Wildmarkswägens und sie wurde erst vor fünf Tagen freigegeben. Bis dahin lag hier noch Schnee und ich hatte es schon gesagt, am 14. Oktober wird die Strecke wieder geschlossen. Wir haben diese interessante Landschaft mit allen Sinnen genossen. Erst bei einer kleinen Wanderung durch Eis und Schnee und danach die Fahrt durch diese imposante Landschaft bis zu unserem nächsten Übernachtungsplatz, dem Camp Stora Blasjön. Untertitelung. BR 2018 Sehr schön hier oben. Und wie viele Spiele ihr noch nicht? Vier. Danke. Und wie viele Spiele ihr noch nicht? Ab dem Stekenjog geht es immer bergab. Wir machen noch einmal Pause am Gausterfallet und schauen uns diesen herrlichen Wasserfall an. Und wie viele Spiele ihr noch nicht? Und wie viele Spiele? Auf dem Camp Stora Blasjön wurden wir sehr freundlich empfangen und wir haben uns hier entschlossen, drei Tage zu verbringen. Nicht nur wegen des schönen Wetters, sondern weil man hier auch einige Dinge anschauen kann, die interessant sind, wie zum Beispiel die Korallgrottan oder den Bracafallet. Der Campingplatz ist terrassenförmig angelegt und wir hatten das Glück, einen Platz in vorderster Reihe direkt mit Blick auf den See zu bekommen. Hier gibt es alles, was man braucht. Toiletten, Duschen, eine Waschmaschine. Es gibt die Möglichkeit zu versorgen und zu entsorgen und es gibt Stromanschlüsse. In Zeiten, in denen hier viele Touristen unterwegs sind, reichen die zwei Duschen und zwei Toiletten offensichtlich nicht immer aus und man muss dann hier wohl eine Nummer ziehen, so ähnlich wie bei der Zulassungsstelle und dann ist eben einer nach dem anderen dran. Nach dem Frühstück wollen wir heute die Korallgrottan besichtigen. Wir fahren da mit den Fahrrädern hin und damit sie uns keiner klaut, haben wir sie dann im Wald versteckt und natürlich angeschlossen. Wenn ihr also Fahrräder einmal im Wald finden solltet, dann nehmt sie bitte nicht mit, sondern vielleicht könnten es unsere sein. Der Weg zur Korallgrottan führt durch ein mooriges Gebiet und man läuft vier Kilometer auf Bohlen hin und natürlich auch vier Kilometer wieder zurück. Man muss also gut zu Fuß sein, aber es ist eine Wanderung, die sich wirklich lohnt, mit tollen Ausblicken in die wunderschöne Landschaft. Und man wird zum Schluss auch noch vom herrlichen Wasserfall belohnt. Das Wasser fällt hier nach unten und nach ein paar Metern verschwindet es schon wieder im Felsen. Ich habe einmal die Lautstärke gemessen und mit 93,6 Dezibel ist das dort schon richtig, richtig laut. Am nächsten Tag besuchen wir den Bracavallet. Auf unserer Fahrt über den Wildmax-Wägen haben wir ja schon einige Wasserfälle gesehen. Und deswegen haben wir gar nicht in erster Linie an ein neues Highlight gedacht, sondern wir wollten uns einfach bei dem schönen Wetter im Freien an der frischen Luft beschäftigen. Nur wenige Meter nach Beginn der Wanderung zum Wasserfall sieht man diese Hinweisschilder. Es gibt einen unteren und einen oberen Wasserfall. Und wir sagen euch, wenn ihr nur den unteren Wasserfall besucht, dann verpasst ihr das Allerallerbeste. Kommt einfach mit auf eine spannende Tour und lasst euch verzaubern. Zaubern. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Genauso fasziniert wie von dieser traumhaften Landschaft sind wir von dem Phänomen, dass es hier praktisch gar nicht richtig dunkel wird. Gegen zwei Uhr wird es dämmerig und um drei geht die Sonne schon wieder auf. Unsere letzte Strecke auf dem Wildmarkswegen beginnt bei Stora Blasjön und endet kurz vor Strömsund und wir fahren zunächst wieder auf guter, befestigter Straße und danach aber auf einer Schotterpiste. Die Schotterpiste ist 50 Kilometer lang und, was soll ich sagen, wir haben kein einziges Schlagloch gesehen. Man kann gut 60 bis 70 Kilometer pro Stunde hier fahren. Unser letzter Übernachtungsplatz hier am Wildmarkswegen ist gefunden und es ist wieder ein kleiner, idyllischer Ort am Ufer eines Sees und wir stehen ganz alleine hier. Und wir wagen unser Experiment. Hallihallo! Jetzt sind wir wieder angekommen in unserem nächsten Stellplatz, mitten im Wald an einem wunderschönen See. Und wir sind wieder ganz alleine. Nur ein Grillplatz ist noch da. Und ein paar Mücken. Ja, aber was haben wir jetzt vor? Wir wollen jetzt baden gehen. Wir haben uns nämlich extra Neoprenanzüge gekauft. Und ich alte Klapperguste, mal sehen, ob ich das schaffe. Ihr werdet es gleich sehen. Wir werden jetzt ausprobieren, ob diese drei Millimeter dicken Neoprenanzüge die Temperaturen, die hier so in den schwedischen Seen sind, auch wirklich abhalten. Das machen wir jetzt. Viel Spaß beim Angucken. Gut. Gut gut. Gut. Das war's für heute. Na ja, wir gehen wieder raus, also der Neoprener ist jetzt halt, aber die Beine! Na, ich würde sagen, es ist bald. Ich muss doch das machen. Wie wieder da hinten? Also, Neoprenanzug hält, aber er hätte doch lang sein sollen. Also zumindest die Beine. Die Arme haben mich jetzt gar nicht so gestört, aber die Beine! Ich merke überhaupt keinen Unterschied zwischen Beinen und Körper. Doch! Für mich ist das alles gleich. Ne, kann ich nicht sagen. Aber ich friere auch nicht so schnell und deswegen kann man das machen. Genau! Experiment gelungen! Jawohl! So, den haben wir uns jetzt überdient. Mh, da freue ich mich schon drauf. Schönen Kaffee und ein Sunny-Device. Da freue ich mich so. Da freue ich mich schon mal. Das war mit der Fräulein. Schönen guten Tag. Ich zeige mich gerade mal. Okay, das war gut. auf unserer Reise über den Wildmarkswegen war Strömsund. Dort gibt es ein Freilichtmuseum, das haben wir besucht und in dem Café, was auf dem Gelände ist, haben wir es uns ein bisschen gut gehen lassen. Die Gedanken sind noch einmal auf dem Wildmarkswegen gewesen. Unsere Reise geht weiter in Richtung Süden. In unserem nächsten Video werden wir dann schon in Östersund sein. Wenn ihr möchtet, dann kommt doch einfach wieder mit. Für heute möchten wir uns aber wieder von euch verabschieden und sagen deshalb wie immer Tschüss und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017